In einem meiner letzten Videos hat mir ein Abonnent unterhalb der Videos geschrieben, dass es mit dem Klappdisplay und dem Metallrahmen von Amagisen bzw. Mototech Probleme gibt beim Aufklappen und in diesem Video möchte ich die Frage beantworten, ob das jetzt vielleicht nur ein Montagsgerät war oder ob es generelle Probleme gibt mit dem Klappdisplay von der Insta360 Ace Pro und diesem Metallrahmen hier von Amagisen. Hallo, mein Name ist Alex und ich mache Technikvideos und Produktreviews und solltest du es noch nicht gemacht haben, dann würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und keins meiner Videos zu verpassen. Jetzt schauen wir uns mal genau an, was es hier mit diesem Käfig auf sich hat. Der Käfig ist von Mototech bzw. eigentlich Amagisen, lässt sich hier mit einer Schraube dann einfach festmachen, so richtig festmachen und ich habe eben die Frage bekommen bzw. die Aussage in einem meiner Kommentare, dass hier, wenn das Display aufgeklappt wird, dass das hier anstößt und es klackert oder klappert. Wir geben die Insta360 Ace Pro jetzt daheim mal hinein, dann machen wir sie zu, richtig fest zu. So, man sieht hier schon, dass es wirklich nicht viel Abstand gibt, dass das alles sehr, sehr passgenau ist. Aber jetzt machen wir das einmal auf. Also ich habe kein Klackern und kein irgendwas anderes gehört, das passt wirklich perfekt. Ich muss diese Frage leider so beantworten, dass es sich vielleicht hierbei um ein Montagsgerät, also ein Montagsmetallkäfig gehandelt hat. Ich habe überhaupt keine Probleme, bei mir funktioniert alles, dass die Kanten hier vom Zubehörschuh stoßen nicht am Display an. Hier ist ein kleiner Unterschied von ca. einem Millimeter. Beim Auf- und Zuklappen gibt es keine Geräusche und alles funktioniert, wie es soll. Wenn dir also wichtig ist, dass du für deine Verwendung der Insta360 Ace Pro hier, wenn du einen Metallkäfig brauchst, also einen Metallrahmen brauchst, dann kann ich dir durchaus diesen Mototech bzw. Amagisen Metallrahmen hier empfehlen. Ich habe dazu ja eh schon einmal ein Video gemacht. Und solltest du wirklich beim Überprüfen sehen das oder hören, dass es hier zu komischen Geräuschen kommt, wenn du das Display aufklappst und es klackert oder macht so ein scherendes Geräusch, dann würde ich dir empfehlen, den Metallrahmen umgehend zurückzuschicken und dir einen neuen zu bestellen. Ich hoffe, das Video hat erholfen und hier klargestellt, dass es keine Probleme mit den Metallrahmen gibt, außer vielleicht mit Montags-Metallrahmen, wenn man das so nennen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst und vergiss ja nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!